Wirst du schon wieder zum Bunker? Scheinbar will jemand alle töten, den ich helfen will. Nun, es ist dein Leben. Prepper, over. Darf man gar kein erzählen? Na, ich hetze jetzt durch das Spiel mehr oder weniger. Will es irgendwie zum Abschluss bringen. Da passiert sowas. Das müssten wir quasi mit drei Zombies zu tun haben. Na, unsere Deserteurin hat jetzt aber nicht mehr so schöne Fingernägel. Seht ihr das? Hier am Hellen kann man das sehen. Hier sind wir noch zuvor. Der hat alles, oder? Also ich habe noch den XXL Bob, bekomme aber nur die Ausrüstung des Vorgängers, also nicht des Vorvorgängers. Das heißt, alles andere ist weg. Die ganzen MGs. Das kann ja heiter werden. 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 So, nochmal alles gescheckt, falls wir hier nicht mehr zurückkommen. Ich glaube, wir kommen hier auch nicht mehr zurück. Weg mit dem Helm! Das kann ja nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das Dünn für einer? Ein Drogenabhängiger. Ja. Und rum, Heini. Ja. 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 Das ist aber, wie man drittmuter wird. W잡'n ja. âm muchís. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, hier ist die Küche. C4 haben wir nicht mehr. Okay, hier ist die Küche. Okay, hier ist die Küche. Okay, hier ist die Küche. Hier ist die Küche. Okay, 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 hier ist die Küche. Und wo muss ich die Küche. Und wo muss ich noch den C4-Sprengstoff herkriegen? Okay, hier ist die Küche. 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 Und wo ist die Küche? Okay, hier ist die Küche. Weiß die Küche. Auch kein C4, Abkürzung zur U-Bahn. Abkürzung, 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 Abkürzung.